Eine Frage wird seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder diskutiert. Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung des Virus? In Deutschland widmen sich momentan mehrere Institute diesem Aspekt. Die Universitätskliniken Heidelberg, Tübingen, Freiburg und Ulm präsentierten jetzt die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie. Demnach stecken sich Kinder seltener mit dem Virus an als Erwachsene. Das gelte auch für Kinder in Notbetreuungen. Als Konsequenz beschloss die baden-württembergische Landesregierung, Kitas und Grundschulen Ende Juni wieder für alle Kinder zu öffnen. Die Grundschulen in Baden-Württemberg. Wie hier vor vier Wochen sind sie immer noch im Schichtbetrieb. Hände desinfizieren und auch der Mundschutz ist mit dabei. Abstand halten ist noch angesagt. Eine Kleingruppe nach der anderen wird unterrichtet, noch nicht mit vollem Stundenplan. Und in den Kitas? Auch da ist der Betrieb noch eingeschränkt. Doch bis Ende Juni soll es in Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg wieder voll losgehen. So der Ministerpräsident. Ab 29.06. können alle Kinder in die Kita und die Grundschule zurückkehren. Abstandsgebot wird hierfür aufgehoben. Der Grund für die Entscheidung, eine Studie, die an vier Universitäten in Baden-Württemberg durchgeführt wurde. Das Ergebnis, die Kleinen hatten sich seltener mit dem Coronavirus angesteckt als die Eltern, so die Forscher. Was wir in dieser Studie, was bisher niemand gemacht hat, uns angeschaut haben, wie ist jetzt das Verhältnis in einem Haushalt? Vater, Mutter, Mitkind. Wie ist das Verhältnis der Infektionen? Und da ist klar, die Eltern sind häufiger infiziert als ihre Kinder. Die Kinder seien also keine Treiber der Infektion. Für die Studie wurden etwa 5000 Menschen auf das Coronavirus getestet. Immer ein Kind und ein Elternteil. Untersucht wurde, haben sie das Virus akut? Das war nur bei einem einzigen Elternkindpaar der Fall. Oder haben sie die Erkrankung bereits durchlaufen und so Antikörper gebildet? Das Ergebnis? Von den 5000 Personen hatten 64 die Infektion bereits durchlaufen, 45 Erwachsene und 19 Kinder. Damit gilt als sicher, Kinder sind seltener am Virus erkrankt. Die Forscher betonen aber auch ... Die Studie hat nicht untersucht, ob Kinder infektiös sind, ob sie andere infizieren können. Und genau daher ist Doro Moritz von der Bildungsgewerkschaft GEW auch nicht beruhigt. Sie hat das Ergebnis mitverfolgt. Die Studie kann nicht wirklich Lehrkräfte überzeugen, dass sie keiner Gefahr ausgesetzt sind, wenn sie wieder in vollen Klassen mit den Grundschulen stehen. Und bisher gäbe es zu wenig Personal, um Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg überhaupt vollständig zu öffnen. Und über das Thema spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion in Baden-Baden. Ja, die Entscheidung z.B. in Baden-Württemberg, die Schulen wieder zu öffnen, basiert zum großen Teil auf dieser neuen Studie. Was hat diese Studie denn anders gemacht als die Studien davor? Also zum einen hat diese Studie 2.500 Kinder sich angeschaut. Das ist eine relativ große Zahl. Und jeweils noch das passende Elternteil, also insgesamt 5.000 Menschen. D.h. statistisch kann man das schon valide auswerten. Und dann haben sie halt zum einen sich die Notbetreuung angeschaut. Also wie viele Kinder waren denn in der Notbetreuung? Das ist halt auch eine Besonderheit dieser Studie, um zu schauen, ob diese Notbetreuungen ein besonders gefährlicher Ort sind quasi für die Kinder. Und das war nicht der Fall. Da waren nicht mehr Kinder infiziert. Und eine Besonderheit ist sicherlich, dass sie sich diese Haushalte angeschaut haben. Also wie viele Kinder sind erkrankt, während die Eltern nicht erkrankt waren und halt andersrum. Und da war eines der wichtigsten Ergebnisse, dass mehr Eltern erkrankt waren, wo die Kinder keine Antikörper gebildet hatten. Und das ist im Endeffekt auch das Schlüsselergebnis, dass mehr Erwachsene erkrankt waren als Kinder. D.h. im Endeffekt ist das Ganze eine Momentaufnahme von Baden-Württemberg von den letzten Monaten. Und genau, das ist im Endeffekt so die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Erfahrungsgemäß bleiben solche Ergebnisse ja nicht unkommentiert. Welche Kritik gibt es denn an dieser Studie? Also ein Kritikpunkt ist zum einen, dass alle Teilnehmer sich freiwillig gemeldet haben. Die wurden nicht zufällig repräsentativ ausgewählt. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wer meldet sich denn da? Natürlich sind das häufig Leute, die vielleicht Symptome hatten in den letzten Monaten oder Kontakten mit einem bestätigten Fall, die aber nicht getestet wurden. D.h. es könnte schon sein, dass das die Auswahl der Menschen, die sich da meldet, verzerrt und dementsprechend auch das Ergebnis. Außerdem kann man kritisch hinterfragen, was das Ergebnis überhaupt aussagt, wenn die Kinder jetzt weniger betroffen waren. Denn Kinder wurden ja relativ früh in der Pandemie schon auf eine Art isoliert. Also die Kitas wurden geschlossen, die Schulen wurden geschlossen, schon bevor andere Bereiche im sozialen Leben reduziert wurden. D.h. vielleicht hatten die Kinder einfach weniger Gelegenheit, dass sie sich überhaupt anstecken. Und dann ist es natürlich auch nicht überraschend, wenn am Ende weniger Kinder Kontakt hatten mit dem Virus, also Antikörper gebildet haben. Das kann man kritisch sehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, das ist halt die Situation, mit der die Forscher jetzt arbeiten mussten. Außerdem ist natürlich die Sache, jetzt haben wir 19 Kinder, die positiv auf Antikörper getestet wurden. Das ist nur eine kleine Zahl. Im Vergleich zu den 2500 ist das natürlich eine gute Aussage. Aber wenn man jetzt anfängt, diese 19 noch mal auseinanderzunehmen, zu schauen, wer davon war in der Notbetreuung, wenn nicht, wer hatte Symptome, wenn nicht, dann wird es sehr, sehr kleinteilig und statistisch gesehen auch sehr instabil. Einfach, wenn da 3 Kinder mehr in der Notbetreuung waren als nicht in der Notbetreuung, dann verzerrt das schon die ganze Statistik. Also da muss man sicherlich vorsichtig sein, was man da dann noch aus den Ergebnissen ziehen kann. Und welche Antwort gibt die Studie auf die Ansteckungsgefahr durch Kinder? Also auf diese Frage kann die Studie keine Antwort geben. Sie kann weder sagen, ob Kinder sich leichter oder schwerer anstecken, denn wie gesagt, Kinder waren einfach in einer anderen Situation als Erwachsene am Anfang der Pandemie. Außerdem können sie nicht sagen, ob Kinder jetzt leichter das Virus verteilen oder schwerer. Man könnte jetzt sehen, gut, es sind mehr Erwachsene in den Familien erkrankt als die Kinder, aber das sagt eigentlich noch nicht viel aus. Man hat ja noch nicht die ganze Situation in der Familie gesehen. Also auch diese ganze Diskussion, die ja zum Beispiel rund um die Studie von Christian Drosten ging, dass Kinder genauso viele Viren haben im Rachen wie Erwachsene, die drehen sich alle um die Frage, wie ansteckend sind die Kinder. Aber diese Frage ist einfach wissenschaftlich noch nicht endgültig beantwortet. Und da kann die Studie aus Baden-Württemberg auch keine Antwort darauf geben. Man muss aber auch fairerweise sagen, diese Frage haben sie auch nicht gestellt in ihrer Studie. Es ist also immer noch vieles unklar. Drehen wir es mal um. Was weiß man denn bisher sicher? Also in der Wissenschaft kann man selten sagen, das weiß man 100 Prozent. Und es ist natürlich erst recht in so einer Lage wie jetzt, wo man das Virus erst seit ein paar Monaten kennt, erst recht nicht so leicht möglich. Aber alle Studien bisher international gesehen zeigen, dass Kinder, wenn sie erkranken, weniger schwere Symptome haben. Also zum einen gibt es sehr viele Fälle bei Kindern, die gar keine Symptome haben. Das heißt, sie merken überhaupt nicht, dass sie erkrankt sind. Und wenn, dann meistens recht leichte Verläufe. Also auf eine Art scheinen Kinder besser, mit dieser Infektion zurechtzukommen. Und wenn man sich die Todesfälle anschaut, bei in Deutschland circa 8800, die mit Corona in Zusammenhang stehen, sind gerade mal drei bei unter 18-Jährigen. Und die hatten alle Vorerkrankungen. Also scheint es da einen klaren Unterschied zu geben. Und Kinder sind leichter betroffen von dieser Erkrankung. Außerdem scheint es so zu sein, wenn man jetzt sich diese Studie anschaut, dass sie auch in den letzten Monaten nicht der treibende Faktor waren, der für eine Ausbreitung der Erkrankung zuständig war, verantwortlich war. Das kennt man von anderen Krankheiten, zum Beispiel bei der Grippe ist das ganz anders. Da sind Kinder häufig die, die dafür sorgen, dass es breit verteilt wird. Und das scheint in Baden-Württemberg auf jeden Fall nicht der Fall zu sein. Das zeigt diese Studie. Vielen Dank für diese Information, Veronika Simon nach Baden-Baden. Sehr gern. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020